Guten Morgen! So, heute habe ich wieder ein bisschen was vor. Wir wollen mal gucken. Ich habe hier so eine Ecke. Die Ecke gefällt mir nicht. Und jetzt werde ich mal gucken, was ich mit der Ecke so ansteigen kann. Habt ihr vielleicht eine Idee? Jetzt bin ich gerade dabei, die ganzen Steine wegzuräumen. Die stapel ich dann da hinten. Wo haben wir sie? Da. Da stapel ich sie erstmal, bis ich eine andere Idee oder Verwendung dafür habe. So, ich versuche mal ein bisschen was zu basteln. So sieht jetzt momentan die Fläche aus. Jetzt muss ich mal zum Bauhaus. Bis gleich. So, jetzt habe ich das soweit. Noch mal wieder ein bisschen umgeändert. Sand von Hagebau geholt. Selbst bezahlt. Das ist keine Werbung. Und jetzt wird das noch alles abgeschnitten. Umgeklappt. Und dann kommt nachher noch was. Ich muss nachher noch was abholen. Ich halte euch mal auf dem Laufenden. So, jetzt bin ich soweit. Erstmal fertig für heute. Den habe ich heute geschenkt gekriegt. Noch mal recht vielen Dank. Den machen wir uns auch mal ein bisschen hübsch. Hier die Steine werden wohl noch weiter verlegt. Dass das bisschen hier runter geht noch. Dass man eine schöne, richtige Sandfläche hat. Aber wir wollen erstmal gucken, wie sich das bewährt. Und wenn das nächstes Jahr immer noch so schön ist, dann kann man das machen. Sonst machen wir irgendwas anderes. Aber jetzt sind wir erstmal fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. So, vergessen. Ich habe mir heute, nee gestern, noch einen Garten gekauft. Ich weiß nicht warum, aber den stehe ich ganz weg. Also bis heute gerne zu mir stehen. Und hier gibt es einen tag. Ich habe dir hier eine Erfahrung gemacht. Ich habe mir gedacht, mit dem richtigen�하기 Lindsey draufgestellt kann. Vielen Dank.